Schalom meine lieben Geschwister, ich will herzlich einladen am 12. Mai nach Köln zu kommen, zum Bahnhofsvorplatz. Dort wollen wir Jesus Christus bezeugen. Sei dabei, wir werden dort in verschiedenen Zelten zusammenkommen, viele Gemeinden werden sich dort vorstellen und auch wenn wir dort auf einer Bühne Lobnieder hören, Predigten hören, Kurzbotschaft auf der Straße hören, wie Menschen von diesem lebendigen Glauben von Jesus Christus ergriffen und überwältigt worden sind. Sei dabei, mache dich auf und werde leid. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Schalom meine liebe Schwester, ich möchte dich einladen ganz herzlich, die an den Herrn Jesus Christus glauben als lebendigen Gott. Am 12. Mai findet in Köln eine Großevangelisation statt. Wir gehen gemeinsam auf die Straße, gemeinsam das Wort Gottes verteilen und verkündigen, damit noch mehr Menschen den Herrn Jesus kennenlernen. Meine lieben Schwestern, kommt am 12. Mai nach Köln, fühlt euch ermutigt. Ich würde mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. Dass wir am 12.05. alle zusammenkommen und den Herrn Jesus Christus bezeugen, dass er der alleinige und wahrhaftige Gott ist, dass er das ewige Leben ist, dass er der ist, der gekommen ist, um das Verlorene zu suchen und zu erretten. Lasst uns den Menschen das sagen, lasst uns ihnen sagen, kommt und lasst euch versöhnen mit Gott. Wir möchten Bibel verteilen, Zeugnis geben, predigen. Dass wir zusammen den Herrn Jesus Christus verkünden, mit Wort und Tat, mit Lobgesang, mit Predigt und alles was wir zur Verfügung haben durch die Gnade Gottes. Da sprach er zu seinen Jüngern und sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Lieber Bruder, liebe Schwester, du sollst deinen Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand lieben. Und er sagte auch, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Man muss sich die Frage stellen, wie kann man den Nächsten lieben wie sich selbst, wenn man den Nächsten nicht von dem Herrn Jesus Christus erzählt. Komme mit uns, so wie der Herr Jesus Christus sagt, geht hinaus in die ganze Welt und predigt der ganzen Schöpfung des Evangeliums. Denn jetzt ist die Zeit. Wir wissen nicht, ob es ein Morgen gibt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit den Menschen noch bleibt, Buße zu tun. Der Herr Jesus Christus hat keine Gemeindemitglieder gemacht. Der Herr Jesus Christus hat Jünger gemacht. Und wir alle sind Jünger mit einem und demselben Auftrag, ein lebendiges Zeugnis für den lebendigen Gott zu sein. Wir dürfen nicht, liebe Geschwister, lauwarm werden. Jesus Christus lebt. Die Bibel ist wahr. Die Bibel ist wahr. Ich sag's nochmal, die Bibel ist wahr. Das, was da steht, das stimmt. Es ist alles wahr. Und wenn die Bibel sagt, dass der Herr Jesus Christus diese Welt richten wird, dann wird das passieren. Paulus sagt in der Bibel, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Und so möchte ich uns ermutigen, das Evangelium, das helle Licht, was Gott uns gegeben hat, den Menschen, die dieses Licht nicht kennen, weiterzugeben. Wir möchten, meine lieben Geschwister, dass wir an diesem Tag zeigen, dass wir in Jesus Christus mit verschiedenen Nationen, Kulturen, Menschen aus verschiedenen Ländern einer Einheit sind. Geh hin und verkunde vor allen Menschen das Evangelium der Auferstehenden Jesus Christus. Mach dich auf und wäre Licht vor dir, Jesus Christus und vor die Menschen. Im Namen Jesu. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020